Ich bin, wie Gott mich schuf. Lektion 94 Heute fahren wir mit dem einen Gedanken fort, der vollständige Erlösung bringt. Mit der einen Feststellung, die jeder Form von Versuchung die Macht entzieht, der einen Idee, die das Ego zum Schweigen bringt und es vollständig aufhebt. Du bist, wie Gott dich schuf. Die Geräusche dieser Welt verstummen, jeder Anblick dieser Welt verschwindet und alle Gedanken, die diese Welt jemals barg, werden von diesem einen Gedanken auf ewig weggefegt. Hier ist die Erlösung vollbracht. Hier ist die geistige Gesundheit wiederhergestellt. Du bist, wie Gott dich schuf. Viele Kurs in Wundern Schüler oder auch Lehrer studieren diesen Kurs auf der Ebene des Denkens. Und wenn wir also dann zur Lektion 94 kommen, übernehmen wir die Idee oder den Gedanken, ich bin, wie Gott mich geschaffen hat, einschließlich ihrer Vorstellung davon und was das zu bedeuten hätte. Und wenn wir auf der Ebene des Denkens bleiben, dringen wir nicht wirklich sehr tief ein in diese Erkenntnis, da es nur auf der Ebene des Denkens stattfindet. Und wir müssen uns von der Ebene des Denkens lösen, damit wir in die Erfahrung kommen, ich bin, wie Gott mich schuf. Und ich sage es einfach auch deshalb, weil ich komme immer wieder mit so vielen Menschen in Berührung, die das einfach sprechen. Ja, mir ist bewusst, dass ich bin, wie Gott mich schuf. Ich meine, wenn dir das bewusst ist, warum brauchst du dann den Kurs noch? Warum brauchst du dann noch diesen Kurs in Wundern? Wenn du dir dessen bewusst bist, hast du den Tod überwunden. Du hast das Licht in dir, in die Erkenntnis gebracht. Und wir sollten einfach sehr achtsam sein mit unseren Worten und mit unseren Gedanken diesbezüglich, damit wir nicht an der Oberfläche bleiben. Ich kenne Menschen, die beschäftigen sich schon 50, 60 Jahre mit Spiritualität, haben den Kurs in Wundern schon über zwei Jahrzehnte an ihrer Seite. Und achten nicht auf ihre Gedanken, die sie diesbezüglich haben, wenn sie zum Beispiel sagen, ich bin mir bewusst, dass ich so bin, wie Gott mich schuf. Oder das weiß ich schon. Jedes Mal, wenn ich diese Formulierungen hervorbringe, bleibe ich an der Oberfläche und mein Lernen endet. Und wenn ich dann manchmal diese Menschen darauf hinweise, dass sie sich enttäuschen, dann sind sie manchmal irritiert oder beleidigt oder Ähnliches. Es ist nur ein sanfter Hinweis. Achte wirklich auf deine Gedanken, die schöpferisch sind. Du hast zum Beispiel den Gedanken übernommen, ich bin nur ein Mensch und von meinen Eltern erschaffen. Und dieser Gedanke hat sich so sehr in deinem Geist verfestigt, dass du es nicht aufgeben willst. Es ist genau dasselbe, wie wenn du dir sagst, ich bin ein Baum und in seinen Auswirkungen unvollständig. So verrückt ist das. Und das haben wir gestern in der Lektion gehört. Wir glauben dann wirklich, wir sind das Streichholz, wenn wir glauben, wir sind der Körper, glauben wir, wir sind das Streichholz, das die Sonne erhält. So verrückt sind wir unterwegs und deshalb werden so Beispiele wie gestern auch herangezogen. Ja, ich weiß, ich stehe nicht im großen Wundern, aber ein bisschen Flexibilität dürfen wir von dir erwarten. Wir sind keine Kursdogmatiker und orientieren uns nur, oh, das steht nicht so da drin, wo steht da, dass ich ein Baum bin. Das sind Beispiele, die dir helfen sollen und vor allen Dingen, die dir helfen sollen, den Stock aus dem Hintern zu ziehen, damit du endlich mal flexibel bist und über dich lachen kannst. Also, wir wollen die Oberfläche aufgeben und wir wollen nicht nur einfach sagen, ich bin wie Gott mich schuf. Und wir werden in dieser Lektion aufgefordert, fünf Minuten jede Stunde daran zu denken. Was für eine Aufforderung. Wow. Das ist eine sehr große Leistung, die uns diesbezüglich abverlangt wird, so könnten wir denken. Praktiziere das für drei bis fünf Sekunden, für drei bis zehn Sekunden, jede Stunde. Und wenn du willst, dehne es aus bis zu fünf Minuten. aber praktiziere es. Nur alleine zehn Sekunden mit diesem Gedanken, außerhalb des Denkens, diesen Gedanken wirklich zu fühlen, ist so hilfreich, jede Stunde. Und dann wird es dir irgendwann sehr leicht fallen, fünf Minuten damit zu verbringen, eine ganze Stunde, obwohl du vielleicht immer noch deiner Arbeit nachgehst. Lass dich nicht abschrecken, von dem Gedanken, oh, jetzt werden wieder fünf Minuten verlangt, das schaffe ich doch gar nicht. Ich muss doch jetzt meine Kinder vom Kindergarten abholen, oder ich muss doch diesen Anruf tätigen, oder ich habe doch dieses Problem, oder ich muss noch dieses erledigen, oder jenes, einkaufen, essen gehen, essen, machen, kochen, was auch immer. dann nimm dir einfach diese drei bis zehn Sekunden. Das kriegen wir hin, jede Stunde. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du, wo es dir leicht fallen wird, ständig in diesem Gewahrsein zu sein. Ich lasse mich viel zu, ich lasse mich diesbezüglich im Alltag immer wieder, habe ich festgestellt, ich bin zu sehr in der Ablenkung und die Rebellion meines Egos ist zu stark, wenn ich dies jede Stunde fünf Minuten praktizieren soll. habe ich einen kurzen Augenblick, den bekomme ich hin und der kann sich erweitern auf fünf Minuten, auf zehn Minuten, auf eine Stunde. Irgendwann ist es soweit. Aber fang mit kleinen, ja, wie soll man sagen, Mikroschritten an. Ich bin, wie Gott mich schuf. Und natürlich befinden wir uns jetzt in der Phase der Selbsterforschung. Festzustellen, ich kann unmöglich ein Baum sein. Festzustellen, ich kann unmöglich ein Mensch sein mit diesen Stärken und Schwächen. Wir definieren uns über diese Stärken und über diese Schwächen. Wenn du dir mal alle deine scheinbaren Stärken aufschreibst und auf der nächsten Spalte all deine scheinbaren Schwächen einfach mal aufschreiben, mal alles niederschreiben, mal hineinfühlen, was du dir alles zugedacht hast und all dies auf den inneren Tempel des Altars bringst in deinem Herzen, dann wird das, was du über dich denkst, keine so starken Auswirkungen mehr haben, bis sie vollkommen erlöschen, bis sie nicht mehr relevant sind. Oh, ich bin ein zu dicker Ast, ich bin zu dünn, ich bin ein zu dicker Körper und so weiter. Es ist so interessant, sich auf diese Art und Weise zu sehen und plötzlich nimmst du die Metaperspektive ein und du siehst, hey, da ist ja nichts wahr. Ich bin tatsächlich so, wie Gott mich schuf. Und dann ist es nicht nur ein Lippenbekenntnis, ja, ich weiß das schon oder ich bin mir dessen bewusst, sondern ich erkenne es plötzlich. Und dann kommst du wirklich an den Punkt, wie konnte ich mich nur so getäuscht haben? bekommst du ein Gefühl dafür? Und Selbsterforschung hat natürlich überhaupt nichts mit Denken zu tun. Selbsterforschung ist Hinschauen, Hinschauen, was wir nicht sind. Und in dem Augenblick, wo wir hinschauen, beenden wir unser Klagelied. Und diejenigen, die ihr Klagelied des Menschseins erkennen, die befinden sich auf dem Weg der Heilung. Wir müssen es nur einmal erkennen, unser Klagelied. Ich habe diese positiven Eigenschaften und diese Negative. Ich habe diese liebevollen Eigenschaften und diese hasserfüllten, diese grülligen. Alles mal anschauen und das Klagelied wirklich betrachten. Und es ist so extrem hilfreich, um dich vom Klagelied zu distanzieren, es aufzugeben, und zu erkennen, hey, das hat in Wahrheit nichts mit mir zu tun. Aber erst wenn wir hinschauen, werden wir das erkennen. Und für Menschen, die an der Oberfläche bleiben, die sich nur erzählen, ich bin mir dessen bewusst oder das weiß ich, für die, die glauben immer noch daran, dass sich durch Denken Probleme lösen lassen. Gehörst du auch zu denen, die immer noch glauben, dass sich durch Denken Probleme lösen lassen. Und dann weißt du, in welchen seltsamen Konzepten du noch feststeckst. Fühl dich deswegen nicht schuldig, sondern erkenne einfach, wie konnte ich nur glauben, dass sich durch Denken Probleme lösen lassen. Ich möchte das Problem anschauen und erkennen, dass es nicht existiert. Und das einzige Problem meine Idee der Trennung ist. Meine Idee meiner guten und meiner schlechten Eigenschaften. Das ist es, was ich erkennen will. Und darauf möchte ich schauen. Das gibt doch weitaus mehr Sinn, stimmt's? Und wenn wir auf diese Liste zu erstellen, diese Selbsterforschung zu betreiben, dann wirst du mehr und mehr in diese Einstellung gelangen, was du wirklich bist. Wir schauen immer mehr mit nach innen gerichteten, intuitiven Blick, um die Antwort zu erkennen. Die Antwort, die uns Jesus durch den Kurs in Wundern gegeben hat. Ich bin so, wie Gott mich schuf. Das ist die Antwort. Aber diese will natürlich erforscht werden. Diese will natürlich erkannt werden. Und wie gesagt, solange wir noch auf der Ebene des Denkens sind und glauben, dass wir auf der Ebene des Denkens Lösungen herbeiführen, haben wir diese Lektion noch nicht integriert. Haben wir den Kurs im Wundern noch nicht integriert, sondern halten uns an der Oberfläche auf. In der heutigen Lektion heißt es, dass der heutige Gedanke Ich bin, wie Gott mich schuf, der einzige Gedanke ist, der vollständige Erlösung bringt. Und das kann missverstanden werden. Und vielleicht auch manchmal aufgrund der Sprache oder der Übersetzung oder der Herangehensweise, wie wir dort herangehen, auf eine falsche Weise gedeutet werden. Es ist nicht wirklich der Gedanke, der die Erlösung bringt. Was du sicherlich bestätigen kannst, wenn du dich für Ehrlichkeit entscheidest, es ist das Erkennen dessen. Es ist das Erkennen dessen. Es ist nicht der Gedanke. Es ist das Erkennen. Und das hat natürlich eine ganz andere Reichweite. Das Erkennen dessen wird alles hinweg, wird die Erlösung bringen und alles hinweg wischen, was ich mir gedacht habe. Also es reicht nicht nur, dieses zu denken, sondern wir wollen in die Erkenntnis gelangen. Und dazu ist nun mal Selbsterforschung extrem hilfreich. Und für mich ist Selbsterforschung zu erkennen, was ich nicht bin. Und wenn ich erkenne, was ich nicht bin, wenn ich all meine guten und negativen Eigenschaften anschaue und ich sehe, dass ich all das nicht bin, dann zeigt sich automatisch die Wahrheit. Aber ich muss es doch schon anschauen, ich muss es doch schon erkennen wollen, ich muss doch schon mein Klagelied beenden wollen, damit es endet. Wir waren ja jetzt über Ostern auf einem Seminar und wir haben alle Teilnehmer in dieser wunderbaren, illustren, heiteren, lachenden, fröhlichen, liebenden Runde, wir haben alle erkannt, dass diese Klagelieder, wenn sie nicht mehr bestätigt werden, sondern das Licht anstelle dessen gesehen wird, dass all unsere Krankheiten, all unsere Probleme, all unsere Sorgen, all unsere Konflikte direkt und unmittelbar hinweg geleuchtet werden, so könnte man es formulieren. Sie sind nicht mehr existent. Und das geht von starken Depressionen bis zu Krankheiten, die der menschliche Denkgeist als unheilbar darstellt. Es geht in alle Lebensbereiche hinein. Jahrzehntelange Beziehungsprobleme, Konflikte, die seit Anbeginn deines Denkens existieren, werden durch diese Bewusstwerdung und durch das Beenden des Klageliedes schlichtweg aufgelöst. Wir haben natürlich dann immer noch die Möglichkeit, das Klagelied wieder aufzunehmen, weil dies natürlich unsere Persona ist und weil wir immer noch lieber auf der Oberfläche bleiben wollen. Diese Wahl können wir immer wieder treffen. Aber es ist so hilfreich, dies zumindest für einige Augenblicke vollständig zu erkennen, dass nichts von dem, was wir uns eingeredet haben, wirklich wahr ist. Um zu heilen, um in die Genesung, um die Gesundheit zu erlangen. Geistige Gesundheit setzt körperliche Gesundheit voraus. Geist über Materie. Aber wenn ich meinen Geist für das Klagelied benutze, ja, was muss ich erfahren? Ja, was muss ich erfahren? Das ist doch offensichtlich. Und die Grundlage des Ego-Denksystems ist natürlich, ich bin ein Körper und ich möchte dich noch einmal daran erinnern, es ist genauso abstrus, wie zu glauben, ich bin ein Baum. Interessant, nicht wahr? Und völlig verrückt. Völlig, völlig abgedreht. Und Jesus nennt diese Betrachtungsweise, er nennt es einfach schlichtweg Wahnsinn. Und uns muss der Wahnsinn schon aufgezeigt werden. Uns muss schon aufgezeigt werden, wie verrückt wir unterwegs sind, damit wir es nicht mehr tun wollen. Und wenn wir erkennen können, aufgrund der Selbsterforschung, dass wir keine Körper sind, machen wir das gesamte Ego-Denksystem bedeutungslos. Völlig bedeutungslos. Wenn du das nur in einer Situation erkennst, und jeder von uns kennt Situationen, die für ihn sehr bedeutungsvoll sind, wo das ganze Denken hinfließt, wo immer wieder dasselbe Problem ist, wenn du hingehst und heute durch die Selbsterforschung erkennst, dass es bedeutungslos ist, beginnt das ganze Ego-Denksystem zu wackeln. Das Grundgerüst wird in Frage gestellt und es wird irgendwann in sich vollständig zusammenfallen. Ja, und die meisten Menschen haben extreme Angst, dass das Denksystem Depression, Krankheit, Leid, Beziehungsprobleme, Schmerzen, Tod, zusammenfällt. Ja, wir haben Angst davor, obwohl sich jeder danach sehnt. Deshalb sagen wir ja so schnell, ja, ja, ich bin wie Gott, mich schuf, ich weiß. Dann wird das aber in die Tiefe zu gehen, bedeutet wirklich, dass das bisherige Denksystem in seiner Grundlage, in seinem Grundriss, in seiner Existenz erschüttert wird. Und darum dreht es sich. Lass es heute erschüttern. Du musst nicht mehr solidarisch leiden. Du musst dich nicht mehr krank fühlen, um geliebt zu werden. Oder dass irgendjemand kommt und dich rettet. Da kommt niemand, der dich rettet, solange du das Klagelied immer noch am Laufen hältst. solange du das Lied der Schuld, das Klagelied der Schuld immer noch singst. Und das Klagelied der Schuld ist natürlich, dass wir verletzt worden sind. Es sind Geschichten, dass wir missbraucht worden sind. Es sind Geschichten, dass wir Fehler gemacht haben und so weiter. Und wenn wir uns an die Schuld klammern und sie umarmen, sie beschützen und uns an die Schuld wenden, um von der Schuld den Liebenden Schutz zu erhalten, da wundert es uns nicht, dass Depression sich zeigen muss, Krankheit sich zeigen muss und all das was sich da noch aufzeigt. Beende die Investition in dein Selbstbild, das du gemacht hast. So kann man es formulieren und so wird es enden, wenn wir die Investition beenden und wenn wir unsere Schutzwelle, die wir aufgebaut haben, endlich zum Schmelzen bringen. Es ist nichts anderes wie ein Dahinschmelzen. Diese Schutzwelle, das ist ein Konstrukt, auf das wir sehr viel Energie verwenden, um diese aufrecht zu erhalten. Und wenn wir keine Investition mehr hineinbringen, dann schmelzen sie einfach dahin. Sie verlieren buchstäblich ihre Bedeutung. Und wir wollen uns nicht mehr gegen die Liebe verteidigen, weil das Klagelied im Vordergrund steht. Wir wollen heute wirklich anerkennen, dass wir so sind, wie Gott uns schuf. Jedes Mal, wenn wir ein Klagelied in unserem Denken vernehmen, geben wir eine neue Antwort. Und deshalb werden wir ja ermuntert, jede Stunde uns daran zu erinnern. Du weißt selbst, wie schnell eine Stunde vorbeigeht oder der halbe Tag vorbeigeht und jetzt habe ich überhaupt nicht an die Lektion gedacht. macht nichts. In dem Augenblick, wo dir das einfällt, fühle dich nicht schuldig, sondern praktiziere. Und wenn du keine fünf Minuten Zeit hast, weil, dann praktiziere es für einige Augenblicke, die dir wirklich in vielen Bereichen, in allen Bereichen des Lebens weiter helfen. Bis du in das Erkennen kommst und nicht nur in den Worten und den Gedanken dich festhältst. Worte und Gedanken sind hilfreiche Symbole, sind hilfreiche Werkzeuge, die uns auf etwas hinweisen, aber sie sind sicher noch nicht die Erlösung. Und so sind auch die Worte nicht die Erlösung. Denn die Worte sind auf eine Buchseite geschrieben. Und auf der Buchseite spielt es keine Rolle, was da steht. Die Seite ist davon nicht betroffen, aber lass du dich davon erwecken. Sei nicht nur eine Buchseite, auf der etwas geschrieben wird und du sagst ich weiß, sondern sei jemand, der diese Worte in die Erkenntnis bringen will, in dein Erwachen, in dein Erblühen. Erforsche dich heute selbst, beende das Klagelied und dadurch erkennst du, dass du so bist, wie Gott dich schuf. Viel, viel Freude dabei und ich weiß, du wirst hierbei Freude haben, denn das ist etwas, was dir maßlose, nie endende Freude bringen wird. Danke. Freude Freude Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020